Hallo, ich bin Wurmi. Ich bin etwas korpulent, aber ich bin auch etwas witzig. Ja, man sieht es nämlich gar nicht an, aber ich kann auch manchmal auch lachen. Seht ihr das, wie ich schon innerlich lache auf meinen nächsten Witz? Dann legen wir mal los. Also, Schatz, ich habe Kondome mit Geschmack gekauft. Mach das Licht aus und rate den Geschmack. Sardinen und Käse. Warte doch wenigstens, bis ich eins drüber habe, drüber gezogen habe. Ha, ha, ha. Oh, soll ich den auch sagen? Der ist, der ist richtig, richtig, richtig versaut ist der, richtig versaut. Hört mal zu. Äh, schluck schneller. Ich komme schon wieder. Oh, das war's für schon. Da habe ich einen, der ist etwas zum Nachdenken. Ich glaube, äh, ich, na, ich, ich fange einfach an. Ein Kumpel beim Billiardspielen. So. Muss ich vorher ankündigen, welches Loch ich nehme? Seine Freundin. Ach, auf einmal fragst du vorher? Na ja, hab ich eigentlich nicht verstanden. Was? Na ja, man muss ja nicht alles verstehen.